Hallo liebe Bankenräuber, Kriminelle und Straftäter, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen wieder Payday, das heißt, mit dabei ist einer auf einer Ersatzbank, der Sonic. Joho! Straftäter Chris Gold. Mein Mann. Und natürlich den Attentäter Blenig. Mahlzeit. Mein Name ist Arthur Boom und diese, ja, diese Aktion verdanken wir einem Zuschauer und zwar Sator. Nee, Sargentor, so heißt er. Er hatte mir, glaube ich, geschrieben, oder warst du wissens, mit Hoxton, das was machen soll, den Ausbruch. Also, willst du, kriegst du. Ja, natürlich auch. Los geht's. Curry King. Hard war übrigens der Wunsch unserer Ersatzbank. Die wollte nicht auf Normal spielen. Also, wenn wir jetzt verkacken, ist das eindeutig die Schuld von Sonic. Was passiert? Man muss auch mal verlieren, um zu gewinnen. Aber Sonic ist auch dementsprechend ausgerüstet. Er ist nämlich vom Level 3 mal so hoch. Nein, ich hab keine Minigun mit oder so. Wir werden unseren Spaß haben. Oh, hallo. Er übertreibt ja auch gar nicht. Warum ist mein Laserpointer nicht an? Wo mache ich mein Laserpointer an? Ach, cool, genau. Okay. Einmal mal die Scheiß-Glocke raus. Komm her, Leute, hier. Ich geb euch einen aufs Maul. Wenn man das so auf dem Maul geht. Egal keiner. Sondern, ey. Ist ja auch panzerisch. Schöne Magazine. Ach, scheiße. Eben konnte ich schon mal fahren. Ich hab doch nie gesehen, dass der Arkan Laservisier hat. Den treffe ich nicht. Aber die Autos wirklich kaputt machen oder so? Nee, wegfahren. Sieben. Ja, schiebt mal. Autsch. Faser. Wäre da auch so lieb, der schiebt. Hast du irgendwas gegen Schildträger? Ja, mit, nee. Ganaten. Ein Schild, ne? Diese Scheiß-Schlaterne. Schlaterne? Ja, ich fand die Schlampe so alt. Weil das wäre ein bisschen schlicht. Wer schiebt den Auto von meiner Linse? Ich wollte gerade schießen. Der fährt. Der schiebt nicht, der fährt. Der fährt. Nicht tasern. Ah, Sonic geht wieder durch in die Linse. Gibt doch. Sonic? Nö. Hutsch. Warten hier. Ich habe ein Problem mit dem Schild. Ich habe ein Problem mit dem Nachladen. Ich lade ständig nur nach. Ich muss mich nachladen. Ich habe 700 Schuss drin. Nachladen ist für Pussis. Ah, da hinten. Wah! Hinten kommt ein Schild. Ja, nicht nur eins. Da kommen fünf. Trocken war gehen, ne? wie die nicht sterben da passiert mal kurz bitteschön also ich komme hier nicht raus weil ich ja nur noch bis mal weg vorbeikommen rauszugehen dann kriege ich hier welche treffer ab und aus machte einfach durch den weg zu bledig wenn er nicht von mir weg laufen würde ja ich bleibe ja auch bei als einziger bei der mission musst du kurz ein bisschen spaß haben ich habe keine funktion mehr aber granaten aber halt da werden die gerade eigentlich hier 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 bei mir doch nicht dann schluss mehr weniger das alle ich habe auch eine position auf der akka sniper geradeaus scharfschützen sag ich doch schildträger hier noch mal in den drill upgraden wird in dem billig drill dahin gesetzt hallo wie die fliegen ja du musst auch dran denken wir sind eine schwierigkeitsgrad höher als uns richtig könnte übrigens gleich mal genau munition gebrauchen ja ich setz gleich mal hin alter man wird hier nur beschossen weg da chris weg da chris so kannst du den sentry hinsetzen ja mach doch 4 Sekunden nach so jetzt ist der schildträger jetzt haben wir wieder minigun von hinten kurz nach, dauert ein bisschen 1,2,3,3,4 schildträger hat so hände runter gegner umwandeln auf den komischen leuchten den nicht schießen der gehört jetzt zu uns ich schiebe der hilft uns jetzt wer leuchtet denn ich hätte mir im besten mal richtige granaten mitgenommen ach du meintest den rot umrandeten? ne nicht den rot umrandeten sondern den der ist schon tot mittlerweile in der 4 der rote sind im klärtete fein und blauen rande jetzt sind konvertierte also ich kann mich übernehmen jetzt mach ich für uns kämpfen jeder der wieder dein ganzes magazin fürst und nicht stirb осsieht chris da bist du ich bin jetzt die elektrische ja wofür haben wir eigentlich ein truck wenn wir von allen seiten angefeuert werden ich habe kein lebensbalken erkannt hat ja ja bitte und den taser danke ich ihr braucht sie nicht aufheben ich kann ihn einfach auf schreien hat er bitte die heilung jetzt ich doch hier also ich habe schon ich bedauere ich sterbe jetzt auch gleich auf jeden fall ein bisschen voranschreiten ich bin ja der einzige der überhaupt hier was macht voranschreit technisch aber ist ja nicht mal einer doch hier alter und ihr müsst jetzt mal vorhören sonst wird das nichts was das ist gut die brauche ich ich habe ja wenn ich hier wieder millionen jahre getragen kann ich gar nicht so kurz mal alle gekillt bekommen wir brauchen nicht alle weiter jetzt munition ich nehme ja kurz nach ich falle jetzt gleich um ja alter heilung für den wir haben ja ja wie oft soll ich noch ja sagen keiner hört mir zu ja ist immer noch einmal die schweizendachladen soll ich sagen soll ich sagen ich habe mich kann so ich habe mich jetzt habe ich ein problem keine munition mehr mach schon komm herr komm herr komm herr komm herr komm herr taser hat mich jetzt vom schloss abgehalten ja egal ich hätte gerade nachgedacht oder ich habe das dumm halt losgelassen damit bin ich mir gar nicht sicher hm ach gibt es hier noch money? oh ja naja jetzt mal wieder 700 schuss weil das ist ja auch nicht ich meine da war ein über und das ist zufällig das ist nicht gleich wir sind eine menge türen noch so sollte sich also jeder mal eine nehmen ja ja es ist auch zufällig wo auf den maps die kameras sind und so also da gibt es verschiedene spots für kann man Glück und Pech haben ja ich habe ihn soll ich mal alle herkommen wir müssen jetzt nicht wiederhacken das dauert kurz 30 Sekunden das ist das ob ich machst fertig du brauchst nicht ne ich mach das jetzt aus dem prinzip zu ende nicht wieder aufstehen ich mach das mal ne ich mach das mal ne ich geh denn dir zack doch bei dem rechner du musst glaube ich nochmal dran muss neu starten oder so dass wir rausfahren können und so weiter mache ich ich bin gettasert also ich habe auch ein bisschen hier bei mir was soll ich am pc warten oder was ne kannst jetzt kommen geht weiter wir müssen das auto jetzt da reinbringen damit wir damit nachher raus fangen du hast ja hoxton damit ausfragen können ist ja auch hier steht eine offene tür durch die ich nicht kann das war nicht freigegeben war schneller auch das noch mehr ja ich hab das zurzeit einer der mit schießt das andere anpanzerung fällt ja überhaupt nicht auf oder so äh bledick du musst einmal das ticket da rein machen wie es sich gehört mit ticket ne ok kommt ja leute jetzt geht's rein jetzt kommt der harte teil ja das steht ja ja läuft auf jeden fall ne es gab genau null ja ist der erste tag ne wir kriegen schon was ja ach geld kriegst du erst dann ne weil ich kriege erfahrung ja ich auch level 31 ich meine level 32 natürlich naja ich bin trotzdem nur 41 naja ich muss mich korrigieren ich meine level 33 aaah ey 2000 vor 41 bleibt das stehen ich brauche noch 400.000 waiting for server ja weiter geht's dann kann ich ja meine waffe wechseln wenn es geht ja also das war echt auch so ein bisschen äh äh aber der andere kommt erst aber es geht jetzt so weiter ja ja lustig oh scheiße ich weiß nicht was ich für eine waffe mitnehmen soll bei dir mit und als zweite waffe nehmen wir viel schuss hier ah ah easy ah 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 also sony fehlt mal wieder ja ich überleg gerade was ich mitnehme ja ich überleg gerade was ich mitnehme ja aber ich bin doch immer um medizin mitnehmen ja ja um medizin mitnehmen ok ja was ich mit dem panzer mitreist schon panzer heißt mit dem sonnen na ja hihihi trittet einfach die dörren nachdem da fucking nice wir hätten richtig geilen englischen nix ja dieses geräusch ne nerven die mal würdest du auf alle schießt was sich bewegt ey naja ja ich freut ihn gerade ey wir sind hier im polizeigebäude ich glaube du schießt besser auf alles was sich bewegt übernehmen das ist ein zivilisten würde ich nicht ja super ich habe eben noch gefragt was da schießt immer die zivilisten um die scheiße diese waschweib keine ahnung wo hinmüssen übrigens hier wir müssen hoxton hinbringen so mal kurz ne geisel nehmen ach da die tür auf könnt euch ein bisschen nach karten umgucken soweit ich weiß nicht die karten um die könnt ihr dann so ja komm mal die türen und sowas machen die sind jetzt nicht oben müssen wir leitstelle verteidigen das dauert jetzt ein bisschen massakriert passt auf oben auf lasst ihr von oben nicht andauernd beschießen wenn ich zu sehen bin wird sowieso immer als erstes auf mich geschossen ja das ist aus dem bullen sorry united kita so damit kann man die türen zu machen nicht auf ich habe noch keinen gesehen er macht strom aus wieder wegs an den ihr soll es nicht er wollte hier strom ausmachen der lutscher da machen finde ich nicht okay ja ich habe so cool es gibt mir noch mal zu machen was ich auch noch wieder für den noch mal die zu macht du das was ich was euch machen ich sniper da oben welch das ist von der anderen seite der ist abgeschwärt das ist von der anderen können wir noch eine tür abschließen ich weiß nicht ob es noch eine gibt wir sind ein paar schilder eine granate gebrochen ich habe eine pflanze zerstört nein nöte die glaubt gleich als erst hier heute wieder eine starke ich habe mich auch noch ein deutlich schwieriger in schwierigkeitsstufe gespielt damals merke ich gerade genau jetzt müssen wir da runter hey leute zusammenlaufen hier ja da ist der einzige der wieder woanders ist ich glaube das war nicht genau los wir haben das bt an oh warte musst du kurz aufhören hey du musst shift drücken das ist schon klar wir müssen runter du kriegst du schon da ja wir kriegen aber von allen seiten auf die fresse ich sterb gleich nein anzeigefehler nein nein das ist kein anzeigefehler atta leg mir mal was hin sonst liege ich gleich ist da hier unten ist ein raum wo ihr deckung habt und upgrade an dem bohrer oder mach ich schnell hier unten ist aber gut wie kommt man da hin komm mal runter bitte einfach runterspringen durchlaufen und runterjumpen gibt das für kurz schaden aber au 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 so machen wir kurz nachladen hier Aua Aua okay ich glaube ihr könnt den Ducker nicht abtraden oder? ja also ich kann es auf jeden fall nur glaub ich mehr an den anderen so jetzt bin ich hier aber wohl wir warten einfach warten jetzt wir müssen sich hier auf einmal so ein schade benutzen können schön von hinten die kart noch kurzer unterladen ich bin nur am nachladen hier ich nicht ja das ist zum kotzen du brauchst aber auch immer 15 schuss für so einen typen headshot machen also reicht einfach nee eben nicht redschutz juckt die nicht kannst du den auch für noch von geben da geht oh noch eine schlüsselkarte hier liegt noch eine schlüsselkarte komm mal her bitte warte hier nimm mal bitte mit perfekt dann kommen wir uns so weit schneller rein ja hier ist munitionspack ja ich hab noch ich hab mich jetzt noch keinen verlust gemacht weil ich mir von andauern von leuten okay 39 sekunden ich hab mich mal geballert ich hab mich mal Ruhe alter ist das schön ne das ist die böse pflanze die sonic gekillt hat nee das war oben der hab mich wahrscheinlich auch zerballert aber wo müssen wir denn nächstes hin dann wieder hoch gleich ist ja nicht so dass die grafen oben kam wir müssen jetzt hier kurz warten das verteidigen und dann müssen wir wieder hoch so weit ich weiß gerade mal Ruhe das ist echt uncool Overkill ist echt heavy das ist ein Hammer-Monitor will ich auch haben ich schieße ihn an sonst passiert nichts das Windows drauf so wie es aussieht ne also wieder 7 ich nehme sie mal mit ne da und hoch kurz ich bin schon wieder beschossen hier hab ich falsch gelaufen Mann 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 Sehe ich so gefährlich aus dass die mich immer beschießen müssen mhm na wieder warten das müssen wir gleich nochmal machen so weit ich weiß ich würde auch sofort auf dich schießen ah Ratte denn darunter nicht erschießen her hat er nicht erschießen den Tüten wen? wen soll ich erschießen? der Hürde zu uns kämpft jetzt für uns wen der? der leuchtende der leuchtet blau der leuchtet loyaler Kämpfer der Satur hatte nicht noch einer ne Karte mit zum abschließen ah ja stimmt ich bin getasert hilf mir warte I'm coming komm rein komm rein komm rein hier Atta mach zu mach hier auch zu zack komm rein hier jetzt können sie nur von oben kommen und von dahinten oh die haben ein Loch in der Decke gemacht kann man mal machen hab ich gehört ist er runter gefallen hat er plumpst gemacht hier ist auch noch was zum abschließen jedenfalls eine eine hätte ne im Moment hat keiner was ne wie stell ich denn noch mal ah ich stell mal zwei kleine helfer auf den oh ja mach jetzt mal eines leicht so hast du schon leer leer ich doch lass mal hin schön einfach warten mach das ne Hilträger hin im Raum drin alter die Winger sind so geil ich liebe die die sind cool wieder runter weg ok wir müssen nach der IT Abteilung suchen um Meter auf die auf die öss du hast mir vor was geht es nicht so aussieht wo kommen die alle ja aktuell drei ob ich noch mal sagen dass ich nur im dreck liege machen wir haben das gold noch nicht gelesen aufstehen und runterlaufen wie die kämpfe wegfliegen und da war die heilung und da springen runter hier ist nichts einfach mal gedacht sie getan und jetzt haben wir hier sie verteidigen hier ist nichts hier ist auch nichts paketen versuchen wir den nach der it abteilung ich habe ein server gut wieder hoch weil ich auch ich habe nicht danke aber noch eine super hauptsache ich sehe nichts ganz kurz nachladen kurz dauert kurz kommt er hoch ich bin oben ich kämpfe mich durch wir hatten eigentlich beide türen aufgemacht dahinten ich kann mich nur nicht mehr bewegen und sterbe jetzt gleich du musst da hinwerfen ja innerhalb tot da wollte ich nicht so sofort ins offene feuer sind aber nicht schlecht hauptsache die maschine die kill besser als ich ich will nur noch die dinge auf da ist das witzig cool wir müssen später noch treppen hoch Das ist richtig. You're up. Kuckuck, wo seid ihr denn? Ich hab'n MG für euch. Boots. 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 Oh, ich treff' nix. Jetzt. Taser. Granate. Oh Leute, die ist da oben zu platzenden. Was? Ich wollte grad flambieren. Ich hatte grad irgendwie Bock auf Barbecue, aber die wollten nicht. Was macht ihr denn hier? Was ist denn? Hatscha! Weep! Weep! Armour-Piercing-Bullets. This side up. Standard-NAT-Armour. Achja, genau. Jetzt müssen wir noch die Codes finden, soweit ich weiß. Alter, denen ist doch gar nicht langweilig. Ich meine, es ist nicht so, dass wir hier gerade gegen alle Polizisten der Welt verarschen lassen. Plus mehr. Ja, plus mehr, genau. Es werden, glaube ich, noch frische geradeaus gebildet, die sofort hierhin geschmissen werden. Naja, das ist noch nicht. Das hier ist so. Die Schlüsselkarte fehlt hier. Genau. Ich hätte auch Shaped Charges setzen können, aber nein. Nein. Ich hab den Bohrer nicht gesetzt. Ich. Hab den gerettet. In Ruhe. Dann warten wir halt. Dann knall ich weg. Pass auf, bledding ist unser kleiner Dicker, den können wir doch hier durchschieben. Ich meine, die Fensterscheibe ist schon auf. Jetzt habe ich einen Shaped Charges angesetzt aus Versehen. Na toll. Was für eine Beschwendung. Ah, geht einer weg hier. Du auch. Ah, ein Geschütze leer. Und das andere schießt nicht so. Half-Life. So, jetzt müsst ihr suchen, Leute. Wer ist ein Fan? Achso. Jetzt müssen wir was suchen. Jetzt müssen wir uns immer so ein Ding hier rausholen und dann müssen wir was analysieren. Das ist ein bisschen nervig. Was? Wo rausholen? Die müsst ihr gucken hier. Irgendwo könnt ihr Beweise mitnehmen. Das ganze müsst ihr untersuchen. Das ist ganz schön nervig. Dann müsst ihr die richtigen finden. So. Das dauert immer 30 Sekunden, Tropaket. Der wird alle noch größere Karte. Der wird alle noch größere Karte. Der wird alle noch größere Karte. Ey Scheiße. Schilder hier. Clown Case. Case bekommen. Und wie untersuche ich das jetzt? Du musst das da hinbringen. Zum Rechner. Aber da läuft grad meins. Da wo das Ausrufezeichen ist. Da wo das Ausrufezeichen ist. Achso. Du kannst die analysieren. Ja. Tuch die und. Äh. Von da oben. Nicht killn hier bei mir. Nicht killn. Nicht killn. Wir runter mit dir. Ja. Heck. Nicht killn. Das war die ganze Dorton Family. Ja. Nur den einen nicht killn. Ja. Da steht kein Arme dabei. Doch. Der leuchtet. Der kämpft hier mit euch. Der steht hier und schießt. Was für Schildkinder geworden? Schieß nicht auf den, der nicht auf dich schießt. Oh. Wie nett der ist. Hilft ihr uns? Voll der coolen Tür. Guck dir mal seine geile Brille an. Das ist wunderschön. Eine schön hochtextilierte. Ja. Ein MP. Heiratet ihn doch. Oh. Er ist gestorben. No. Lass mal wieder einen leben, wenn er hier runter kommt. Bitte lasst einen mal leben. Ich sag dem bitte, er soll sich hinsetzen. Oh. Jetzt komm doch mal runter da oben. Oh. Schildkinder. Schildkinder. Nee, schildkinder. 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 Guck mal. Glaube doch einfach ein. Ja, da muss ein ganzes. Ich komme noch ein bisschen Feuer schutz. Da ist so einer runterkommen. Wie gesagt. Ich muss nur einer runter springen. wie viel muss ich denn da noch rausholen aus dem laden ich habe auch noch eins ja toll du verwarst es und das ist wahrscheinlich das richtige ich finde nämlich keins mehr ich muss ja dann laufen direkt von uns ich bin blind wissen wir ich bin geteysert immer wenn ich nachladen will ich habe den einen gleich nicht killen ich habe noch fünf schuss ich habe gleich gleich down kurz verteidigen lasst kill die nicht mehr hat sich gefesselt er hat sich gefesselt ich komme gerade nicht dazu ja ich liege unterwegs ich habe mich auch noch bis gleich verteidigen ich bin geteysert ich bin geteysert ja ich sehe ja nicht wo oder ich treffe nicht dann schießen könnte würde ich dann schießen warum habe ich keine munition mehr wo ist unser munitionsfreak wenn ich bin nicht auf die schießen dann käse ich nicht das sind alles dann kämpfer vor uns so wenn ich beschossen werde dann schieße ich auch zurück ja wenn du beschossen wirst aber das ist gut erledigt weil nur noch drei schuss ich habe auch keine munition mehr ich bin ein bisschen langsamer das ist auch gut weil ich habe einen mg die von munition ab 200 schuss noch mal das munition wieso war hier nichts mehr drin da waren auch 16 schuss in der munitions tasche ich muss erst mal munition haben sonst gar nichts hier das ist schon mal besser jetzt hier werde kommst du bin unterwegs das kann ich mich auch weh ich mache die war eklig richtig eklig auch diesen scheiß server ne langsam wie ein stück scheiße weiter gehts leute also we'll deal with that fuck you're a trolley like give me some time to not through all of this song get back to the end of the day kann man mit leben ja es gibt 2,2 Millionen, zubereitet zu 55.000 für jedes Crewmitglied wenn ich hab 250.000, kann man mal machen oh schön oder wir müssen nach Ratten spielen, Ratten ist geil richtig richtig im meine Level 65 halbes Level hab ich jetzt 44 ich hab mal 35 Enter Payday uuuuuh na mal links mitte rechts rechts eeeeeee ah ne Farbe wuuh Waffe und oh mann Surgeon Style 100.000 Geldwohnen geiles Muster Chris mhm getakt der Streifen Jack Stripes sehr geändert so liebe leule Sonic sieht ja interessant aus sein Make-up ist mal ab Chris ist unrasiert man sieht es ja ihr seht auf jeden Fall in der Videobeschreibung links zu den anderen wenn es euch gefallen haben sollte dann lasst was leckeres da wir freuen uns auf eure Hochzeichen und ansonsten bedanken wir uns natürlich für's zu sehen und tschüss tschau tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal